Juri Leute was geht der Atus mal wieder am Starten heute mal eine kleine Boxinger ja ich habe mir Punky Fingers Fingerbob gestellt das ist schon auf dann pack ich es mal aus hier ist das Deck und bin allein mit Tape das war es auch schon hier steht immer ganz ganz geile Vorfall drauf also die Packung finde ich auf jeden Fall echt geil ein bisschen rauf so das Tape ich glaube das ist FPS also das ist auf jeden Fall ne das ist das gleiche wie Below Tape und so da fühlt sich auf jeden Fall sehr smooth an das ist so ähnlich wie FPS oh Alter und hier das geile Deck hier ist eine richtig geile Top Ply und die Bottom Ply wirklich richtig geil glänzt richtig, sieht einfach nur geil aus und die Ply ist echt ne Hammer das sieht ja also die Ply ist gegen diese ja normales Holz dann so ein so ein weißes Holz dann ein schwarzes dann wieder normales und das hier das ist dann auch weiß das werde ich nochmal so reviewen das ist auf jeden Fall echt der Hammer kann ich auf den ersten Blick jetzt nur empfehlen werde ich gleich erstmal Setup machen mal gucken wie sich das Teil fährt also auf jeden Fall groß Dankeschön an Funky Fingers also nur geil also das habe ich mir halt bestellt ja Deck und Tape mit einer schönen Entpackung ja dann musst du schauen das werde ich dann nochmal extra reviewen und kleine Mini mit dem Teil machen ja haut rein und das Sl prochaine Ich bis